moin leute vor einigen wochen hatte ich meinen review zu dem r36s hochgeladen das review bezog sich dabei auf den vergangenen zeitraum von einem jahr da bin ich dann auch auf einige punkte eingegangen wie zum beispiel den kauf insbesondere weil auch fälschungen im umlauf sind und auch auf das beste betriebssystem und da habe ich euch eine ganz spezielle version von arcos empfohlen und habe dann auf meine vorangegangenen videos verwiesen und habe dann gesagt dass sie das quasi analog installieren könnten nur mit der anpassung dass sie die image datei anpassen müssen es kam aber noch so viele fragen auf und immer wieder die hinweise dass ich das noch noch einmal zeigen soll und daher hier dieses video bevor wir das aber machen ein paar hinweise der r36s ist sehr fehleranfällig das habe ich auch in meinem review schon erwähnt das heißt wenn ihr dieses system aufspielen kann es sein dass es beim ersten mal nicht funktionieren wird es kann auch sein dass es beim zweiten mal nicht funktionieren wird oder auch beim zehnten mal nicht funktionieren wird es besteht halt immer mit diesem gerät ein gewisses risiko da dahinter nicht so eine riesige firma steht wie zum beispiel bei enbernig das heißt es ist jetzt von einer ganz speziellen person ein bisschen angepasstes betriebssystem und das läuft eigentlich relativ rund also meine erfahrungen waren tatsächlich so dass es in der regel funktioniert aber trotzdem möchte ich euch diesen hinweis geben dass es schief gehen kann ein weiterer hinweis ist macht ein backup von euren dateien also von euren bios dateien von euren spielen von euren speicherdaten weil auch da wenn ihr die originale sd karte nutzt was ich euch im übrigen gar nicht empfehlen würde werdet ihr eure daten verlieren wenn ihr darauf ein neues image spielt daher direkt weiter mit dem nächsten punkt das empfohlene zubehör was ihr für die erstellung des images im idealfall braucht eine neue sd karte ich nutze die von samsung die sind relativ stabil und funktionieren auch mit vielen anderen herstellern ihr könnt auch eine sand disk nutzen da ist aber das problem dass wenn ihr mal auf ein anderes gerät umsteigen möchte die nicht mit allen anderen geräten kompatibel sind daher ist meine empfehlung holt euch eine von samsung dann braucht ihr ein sd kartenlesegerät einen adapter usb a auf usb c und natürlich den r36s das war jetzt eine relativ lange anleitung ihr habt jetzt allerdings die nötigen vorinformationen ihr wisst auch was für ein risiko ihr euch einlässt und was für zubehör stücke ihr braucht das heißt wir können jetzt mit dem tutorial loslegen als allererstes geht ihr hier auf die seite von iolus wo ihr die ganz spezielle r36s image datei downloaden könnt dadurch die rechts wie ich es eben gerade gemacht habe einmal auf die image datei und downloadet dann diese beiden zip dateien die funktioniert in der regel bei einem großteil der r36 handhelds ihr müsst dann natürlich warten bis die dateien gedownloadet sind und müsst ihr dann tatsächlich zweimal entpacken das ist ganz wichtig also ihr müsst darauf aufpassen dass der datei typ eine image datei ist und bei einigen dateien ist es so dass diese tatsächlich zweimal verpackt sind also da müsste tatsächlich vorsichtig sein es kann aber auch sein dass dieses image nicht funktionieren wird wenn das der fall ist dann geht ihr hier auf diese seite auf dieser seite könnt ihr feststellen welches panel ihr habt wenn ihr euren r36s jetzt bestellt dann habt ihr vermutlich das panel 4 auf dieser seite müsst ihr dann diese datei die dort grün ausgeschildert ist also rk 32 minus r35s also diese dtb datei aus eurem haupt leistungs fahrt auf diese seite hochladen und dann müsst ihr das ganze einmal scannen lassen dazu entnehmt ihr die sd karte aus eurem r36s und sucht die datei dann so heraus wie ich es gemacht habe und drückt dann auf identify my screen wenn ihr das dann alles richtig gemacht habt und ihr dann auf den button gedrückt habt dann sagt euch diese internetseite welches panel ihr habt und wenn es dann das panel nummer 4 ist dann müsst ihr noch einmal eine weitere spezielle image datei nehmen die aber auch auf der eben gerade gezeigten seite angegeben und zum download zur verfügung gestellt wird ihr seht es jetzt auf der seite download for panel 4 und dann drückt ihr auf einen der links und downloadet dann das betriebssystem dann müsst ihr das ganze natürlich wieder so wie eben gerade beschrieben auch entpacken und dann habt ihr die spezielle image datei für euer panel 4 es kann sein dass es so wie ihm gerade gezeigt bei g drive nicht funktioniert nutzt dann halt einfach einen anderen der links wenn ihr die richtige datei dann entpackt habt dann heißt diese datei wie gesagt punkt img ihr seht es da oben ist es noch einmal img punkt xz es muss aber wirklich eine image datei sein also datenträger image und dann downloadet entweder rufus oder balena etcher das ist euch überlassen da scheiden sich die geister und wählt dann bei dem image entsprechend die datei aus habt im idealfall die sd karte bereits im pc stecken und startet dann einmal den schreibprozess noch einmal bei diesem prozess gehen alle daten auf der sd karte verloren daher nutzt eine andere neue sd karte dann wartet ihr ein paar minütchen und dann ist eure sd karte auch schon bereit jetzt nur noch in den ersten sd kartenslot hinzufügen und warten ihr müsst das gerät natürlich noch einschalten aber das ist glaube ich selbstverständlich und wenn ihr das dann alles richtig gemacht habt dann müsste das ganze so aussehen die erste einrichtung kann auch tatsächlich ein bisschen länger dauern habt da bitte ein bisschen geduld und vergesst auch nicht euren r36s aufgeladen zu haben und bitte macht auch nicht den fehler dass ihr die sd karte nach der image überschreibung nicht als erstes in den r36s tut und damit irgendwie innerhalb des betriebssystems eine partition vergrößert wie zum beispiel die partition für die roms oder so das allererste was ihr macht nachdem das image darauf geschrieben ist in den r36s rein tun und dann starten jetzt wird nämlich erst einmal alles konfiguriert also auch die entsprechenden größen der partition erst wenn ihr probleme haben solltet könntet ihr es nach dem ersten bootvorgang im rahmen der datenträgerverwaltung über windows eine partition vergrößern aber erst dann jetzt ist es wie gesagt noch ein bisschen abwarten da können so ein paar schriftzüge auftreten die man im zweifel gar nicht versteht aber das ist wie gesagt irrelevant ihr wartet jetzt ab und bekommt dann später den normalen screen zu sehen das ganze sieht dann so aus und wenn ihr das dann geschafft habt und alles einwandfrei läuft könnt ihr den r36s ausschalten und die sd karte wieder entfernen und an euren pc wieder stecken und dann könnt ihr wieder die bios files wie gewohnt an die jeweiligen stellen kopieren und auch eure games und dann wieder in den r36s einfügen und dann funktioniert alles in der regel einwandfrei und ihr könnt loszocken so leute das war mal wieder ein tutorial für den r36s kurz und knapp die erklärung wie ihr das beste betriebssystem für den r36s installieren könnt wenn ihr noch probleme haben solltet eine bitte kommt bitte auf den discord server da können wir euch viel viel einfacher helfen weil es gibt wirklich zig probleme ein problem kann zum beispiel sein dass einer ballena etcher nutzt ist aber über ballena etcher nicht funktioniert erklärung keine ahnung wissen wir nicht es hat aber tatsächlich nicht geholfen wenn dann zum beispiel das programm gewechselt wurde auf rufus oder es wurden billige sd karten genutzt auch da wir brauchen wirklich viele informationen damit wir euch helfen können daher wenn ihr probleme habt wie gesagt gerne auf dem discord server kommen ansonsten schreibt mir eure erfahrungen mal bitte in die kommentare funktioniert es nun mit diesem betriebssystem besser als mit den vorangegangenen das wäre wirklich mal interessant da der handheld als solches ja wirklich sehr interessant ist ansonsten das war's wie gesagt ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da und wir sehen uns beim nächsten mal ciao